Eigentlich hat doch jeder Bock in Minecraft mal ein großes 3x3 Tor zu bauen. Die Frage ist bloß immer wie. Vielleicht kennt ihr das Referenzdesign dazu auch schon. Ich erweitere das Ganze aber nochmal um einen Mechanismus, um es von beiden Seiten simpel öffnen und schließen zu können. Und wünsche euch viel Spaß damit jetzt im Video. Hi zu eurem neuen Redstone Quickie. Wie versprochen schauen wir uns heute eine 3x3 Tür an. Dafür haben wir auch schon mal einen Durchgang vorbereitet und natürlich die dazugehörige Technik. Wenn ich jetzt diesen Knopf drücke, dann schließe ich das Tor. Wir können nicht mehr durchgehen und wenn ich da nochmal drauf drücke, dann öffnet sich das wieder. Und das Coole ist, das Ganze kann man von beiden Seiten, das heißt wenn man so eine Mauer hat, von beiden Seiten betreiben. Das heißt wenn ich hier den Knopf drücke, auch dann schließt sich wieder das Tor und auch hier kann ich es wieder öffnen. Das Ganze eben halt durch einen simplen Druck. Was eben halt die Erweiterung von einem Referenzdesign ist, was ich gefunden habe. Den Link dazu habe ich euch in der Videobeschreibung getan. Das Ganze können wir uns auch nochmal von unten anschauen. Ich habe hier so einen kleinen Wartungsschacht hingebaut. Und man sieht, da ist eine ganze Menge Technik für nötig. Das ist eigentlich gar nicht so kompliziert, aber man muss schon ein bisschen was in Reihe aufbauen. Da sieht man es, hauptsächlich ist das Ganze unter dem Teil. Und eben halt zusätzlich hier noch ein kleiner T-Flipflop, der das Ganze dann auf und zu macht. Immer wieder je nachdem, welchen Knopf man drückt. Den Aufbau schauen wir uns nochmal im Creative an. Ich denke, da ist das Ganze einfacher zu verstehen. Und wie gesagt, wir erweitern das Design, was ich auch schon so gefunden habe, was vielleicht der eine oder andere kennt, auch nochmal eben halt um einen Switch, dass man das von beiden Seiten öffnen kann. Bis gleich! So, um unsere Tür aufzubauen, müssen wir erstmal den Mechanismus bauen, der den Block in der Mitte der Tür, der wird in etwa hier am Ende sein, hochsetzt. Und dafür brauchen wir so einen Double Piston Extender. Der wird nachher dann eben halt hier hochgeschoben und von der Seite nachgeschoben. Das finde ich auch nicht ganz interessant. Ich habe das Ganze mal vorbereitet. Sieben mal zwei Blöcke unten. Und hier kommen zwei Pistons hin. Zwei Stick Pistons. Und da oben drauf schon mal drei Blöcke. So, und jetzt fangen wir mal hiermit an. Als erstes setze ich hier einen Hebel und dann können wir nachher das Ganze ausprobieren. Dann nimmt man dahinter dem Block weg, sitzt hier eine Redstone Fackel. Hier rüber kommen drei Blöcke. Da oben drauf einmal Redstone. Dann kommt hier hinten eine Fackel hin, darunter einmal Redstone und hier unten noch eine Redstone Fackel. Danach setzen wir hier einen Repeater, den stellen wir auf vier Ticks und können hier nochmal einen Sticky Piston hinsetzen. Zack. So, der muss auch wieder zur Mitte zeigen. Daran kommt ein Block und hier oben drauf kommt nochmal ein Block mit einer Redstone Fackel. An der Seite. Und dahinter kommt auch nochmal ein Sticky Piston, der dann nachher, man sieht es schon, diesen Doppel-Extender ansteuert. Müssen wir hier den Schalter zurücksetzen. Ja, das hat funktioniert. Und wir setzen nochmal die hier zurück. So. Ja, und das sollte schon unser erster Teilbild sein. Das heißt, damit können wir schon mal das Ganze ausfahren, aber noch nicht komplett einfahren. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Ist ausgefahren. Und ist schon zum Teil eingefahren, aber wir müssen den Block hier oben nochmal runterholen und darum kümmern wir uns jetzt. Dazu kommt hier hinten erstmal ein Repeater hinter die beiden Sticky Pistons. Der wird auf drei gesetzt. Dann kommt ein Block. Dahinter wieder ein Repeater. Dann müssen wir ein Redstone-Signal. Einmal hier einen hoch rumleiten. So in etwa. Dann kommt hier hinter wieder ein Repeater. Der wird auf vier gesetzt. Und dahinter nochmal ein Block, auf den ein Redstone kommt. Moment. Hier inzwischen kommt noch ein Block. Das Redstone wieder setzen. Und das Redstone hier hochführen. Das Ganze müssen wir aber einmal kurz unterbrechen zwischendurch. Deswegen setze ich hier einmal einen Block, um da nochmal einen Sticky Pisten hinsetzen zu können. Und da vorne kommt nochmal ein Quarz-Block ran. Jetzt können wir das Ganze schon ausprobieren. Das ist relativ einfach aufgebaut. So. Jetzt ist der zwei hoch. Jetzt geht er wieder runter. Das heißt, das hat funktioniert. Doppel-Extender zieht es hoch. Und wir haben alles quasi auf Grundebene aufgebaut. Und können jetzt den Rest von der Tür zusammenbasteln. Jetzt habe ich das Ganze schon mal erweitert. Da oben kommt ein Sticky Pisten hin. Hier an die Seite 3. Da an die Seite 3. Und davor jeweils ein Block. Dass man sozusagen den Durchgang hat. Ich habe das Ganze auch schon mal in die Länge einen größer gemacht. Da werden wir gleich Redstone-Leitungen umsetzen, um das Ganze auch bedienen zu können. Und die Idee ist, dass am Ende das alles ausfährt. Und wir hier eine geschlossene Fläche haben. Fangen wir gleich damit an. Das heißt, wir gehen hier auf die rechte Seite runter, wo wir unsere erste Schaltung gebaut haben. Und hier gehen wir mit einem Redstone-Fackel hin. Da oben drauf einen Quarz-Block. Da oben drauf einmal Redstone. Das wird hier hochgesetzt. Und hier oben drüber setzen wir nochmal zwei Blöcke. Zack, zack. Und haben das Ganze verbunden. Jetzt ist die Seite schon mal fertig. Jetzt gehen wir in die nächste Seite. Dafür einen Redstone hier. Einen Block hier. Der wird gepowert. Und powert dann den Pisten. Und dann setzen wir hier einen Redstone runter. Hierhin. Setzen da einen Block hin. Einmal Redstone drauf. Und powern auch noch den. Indem wir hier zwei Blöcke hinsetzen. Und das Ganze miteinander verbinden. Und jetzt sollte es schon fertig sein. Wir können den nochmal zurücksetzen. Und das Ganze ausprobieren. Und anscheinend einen Fehler gemacht. So, wir haben das Loch hier noch in der Tür. Dafür müssen wir noch hier oben einen Redstone draufsetzen. Oder einen Repeater dahinter setzen. Das hier ein bisschen umbauen. Aber wenn man da oben einen Redstone draufsetzt. Dann geht das Signal auch rüber. Und in den Block. Und alles ist gepowert. Und die Tür geht zu. Und geht wieder auf. Ja. Funktioniert. Das ist cool. Wir bauen den Durchgang noch ein bisschen größer hier. Und ich werde alles nochmal ein bisschen verblenden. Soweit kennen wir das System. Aber jetzt ist die Frage, wie kriegt man das auf? Und wie kriegt man das wieder zu? Über einen einzelnen Knopfdruck. Den man auf beiden Seiten jeweils drücken kann. Dazu platzieren wir hier erstmal einen Knopf. Zack. Können den setzen. Nehmen hier auch schon mal unseren Schalter weg. Und setzen hier ein Signal ran. Was wir dann weiterführen können. Und dazu führen wir das einmal hier hin. Wo genau ist auch nicht ganz so wichtig. Das heißt, wir machen uns hier einfach ein bisschen Platz. Um einen Switch aufzubauen. Mit dem wir das Ganze dann jeweils an und aus machen können. Dazu nehmen wir den, den wir auch schon kennen. Der ist relativ simpel gebaut. Hier kommt ein Block hin. Da eine Redstone Fackel dran. Dann zwei Repeater in die Richtung. Zwei Repeater in die Richtung. Dann kommt hier ein Block hin. Und daraus geht einfach eine Redstone Leitung hier rüber. Und hier kommt nochmal eine Redstone Fackel hin. Und das Ganze ist schon fertig. Über diesen Block wird das Ganze jetzt gestartet. Und dieses Redstone Signal ist unser Output. Das können wir direkt hier verbinden. Passt also schon mal sehr gut. Und wenn wir das Ganze so powern, dann funktioniert das auch schon. Das heißt, wir müssen das jetzt nur noch mit dem Knopf hier verbinden. Dazu kann man jetzt unterschiedliche Sachen machen. Ich würde zum Beispiel das hier empfehlen. dass man hier drunter einen Block setzt. Denn der ist schon relativ gut versteckt. Und dieses Signal wird jetzt schon gepowert. Und das heißt, wir haben damit kein Problem mehr. Wir können das Ganze hier nochmal verblenden so. Und ja, können das schon direkt benutzen. Und das ist eine Art, wie man es relativ simpel verstecken kann. Ich fülle es jetzt nochmal hier rüber. Und da unten ran. Und falls es zu kurz ist, kann man noch einen Repeater setzen. Und das Ganze nochmal komplett verbinden. Und damit können wir das Tor jetzt schon öffnen und schließen. Sehr cool. Und das Ganze müssen wir jetzt nochmal von der anderen Seite machen. Und dann sind wir auch schon fertig. Jetzt setze ich mal hier einen Block hin. Setze da den Knopf dran. Hier unten drunter. Wieder Blöcke. Die dann auch hier herführen. Und man kann das Signal hier einfach verbinden. Das ist dem dann ganz egal. Und so haben wir es auch wieder relativ gut versteckt. Und können es auch von hier öffnen und schließen. Und die Erweiterung sieht man nicht unbedingt überall. Die habe ich mir mal dazu gedacht. Ich hoffe, euch hat meine 3x3-Türvorstellung gefallen. Falls ihr das Ganze nachbauen wollt, am besten das Stück für Stück nachbauen. Immer wieder Stop drücken. Immer wieder was nachbauen. Bis man das so ein bisschen im Kopf hat. Ich finde diese Erweiterung eigentlich relativ simpel und relativ cool gelöst. Kann man hier auch ein bisschen kleiner machen. Aber das ist so den Simpelsten, den man eben halt aufbauen kann. Wie ich finde. Es geht auch mit Redstone ein bisschen einfacher. Aber so funktioniert das schon ganz gut. Und da kann man das auch gut von beiden Seiten ansteuern. Und das ist relativ wichtig. Und ich mag die Erweiterung sehr gerne. Und damit guckt euch noch die anderen Redstone-Videos gerne auf dem Kanal an. Lasst mir gerne ein Abo da. Und ich würde mich für ein Like sehr freuen. Und ja, falls ihr was dazu schreiben wollt, gerne ab in die Kommentare damit. Oder falls ihr neue Ideen habt, was man noch umsetzen könnte. Und damit wünsche ich euch noch eine richtig geile Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.